Unterredung mit dem Herod Andrastes fordern. Bericht annehmen. Gruppe sammeln und zum vollen Ort reisen. Der Fallbruch weiterziehen. Ich dachte jetzt schon, das war's und wir haben die Quest abgeschlossen. Mitnichten. Zum Glück, weil ich dachte jetzt wirklich echt, dass das war. Das wäre ja voll lame gewesen. So, wir nehmen mir das mit. Ja, nein. Also, mit soll sie. Ach, ich muss einmal draufklicken. Varric und der Magier. Die traue ich noch nicht so wirklich, die Schurken. Vor allen Dingen, wir haben ja hier schon Schurken. Varric, der ist einfach, der muss mit. Der ist wichtig, der Typ. Wenn der nicht mitkommt, dann ist aber, nee, das geht nicht, weil der einfach wichtig ist. Ja, noch ein kleiner Text über die Zirkel der Magie, den wir ja auch schon kennengelernt haben. Im zweiten Teil, im ersten Teil würde man den ja auch schon kennenlernen, aber da haben wir leider nicht so weit gespielt, weil das Inventar des Todes hat das Spiel zum Abstürzen gebracht. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr diesen Schlamassel beseitigen. Unsere vermissten Patrouillen befinden sich in der Gewalt der Avar. Das sind Barbaren aus den Bergen. Was haben sie dann in einem Sampf zu suchen? Das ist der springende Punkt. Ihr Anführer, er will, dass sie gegen euch kämpfen, weil ihr, der Herold Andrastes, seid. Aber warum? Was haben sie gegen Andraste? Nun, die Avar glauben an Naturgötter. Sie verehren einen Gott des Himmels, einen Gott des Waldes und so weiter. Die Avar sagen, ihr würdet behaupten, von einem Gott geschickt worden zu sein. Deshalb fordern sie den Willen eures Gottes heraus. Ich glaube ja, dass ihr Anführer ein aufgeblasener Gockel ist, der nur allzu gerne damit prahlen würde, euch getötet zu haben. Äh, damit stimme ich überein. Äh, ich will sie nicht bekämpfen. Dann nehmen wir das. Soll ich irgendetwas unterschreiben, bevor ihr versucht, mich zu enthaupten? Sie denken, dass nur Schwächlinge lesen. Ihr wisst schon, Schularen, Bewohner der Ebenen, olysianische Bauern. Es wird nicht leicht sein, zu unseren Truppen vorzustoßen. Ihr müsst euch durch die Untoten. Wartet, ihr seid doch nicht empfindlich, was Untote angeht, oder? Hm, naja, also ich sag mal so, empfindlich nicht, aber ich bin nicht gerade begeistert, dass ich da durch muss. Sie stehen nicht auf der Liste meiner Lieblingsmonster. Dann solltet ihr euch vom Wasser fernhalten. Die Avar sind in dem Schloss auf der anderen Seite des Fallbruchs. So der Erbauer will, sind die Leute der Inquisition noch am Leben. Okay, äh, ist der Fallbruch. Okay, Kontrolle über den Fallbruch, errichtet Lager, eins fehlt noch. Es gibt neue Berichte. Äh, dann lass mal hören. Setzt mich ins Bild. Was hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir? Sehr. Äh, wird Sir nicht S-I-R geschrieben, nicht S-I-R? Sehr merkwürdig. So, zumindest, äh, haben wir jetzt hier auch, äh, Millionen von Quests wahrscheinlich auch zur Verfügung. Nee, nicht, nicht wirklich, aber der Fallbruch. Oder, wie viel haben wir hier? Naja, wir haben hier Risse, das, äh, ja, die Kontrolle über den Fallbruch. Ja, da fehlt uns noch ein Lager. Ähm, die verlorenen Seelen. Äh, findet den Außenposten. Schafft den Probefisch und so weiter. Das kann halt auch werden, was hier alles für Quests sind. Aber ich bin ja... Fischer sind... Aha. Bin ja dafür, dass wir hier erstmal das... Den ganzen Shit hier erobern, ne? Ach, dann kann ich auch gleich hier... ...die Quest mal aktivieren. Dann mache ich da in der Nähe die beiden, äh, die beiden sichtbaren hier, die beiden, äh, sichtbaren Dinger hier weg. Die, oder doch, ja, die beiden sichtbaren Risse. Ach, und da ist die, da ist die, äh, verlorene Seelen-Quest. Ach, gut zu wissen, dann gehe ich ja in die richtige Richtung. Äh, hier ist noch die Sehenswürdigkeit. Wo ist das Sehenswürdigkeits-Dingens, wo ich mein Stäbchen... Stäbchen da oben? Ach, da. Aber, wisst ihr... Das Spiel will ich mich verarschen. Wie zum... Ach, da hinten, äh... Ich dachte schon, wie zum Teufel komme ich denn jetzt hoch? Hallo? Oh! Wieso hat... Totenkopf da, das ist ein Symbol? Soll das? Ja, ich wollte aber hier gerade mal beanspruchen. Das Licht von Andraste. Die Statue trägt eine verwitterte Inschrift. Jahre, 6 Uhr 55. Das ist Zeit, als das des Sturms. In Auftrag gegeben von Ban... Aha-Greif. Beschützerin des Phalbros. In Erinnerung an die Fertigstellung ihrer Feste. Und zum Dank an die gesegnete Andraste. Für das von ihr bescherte Glück. Na ja, das bescherte Glück, äh, sind jetzt Untoten, die hier hausen. Das ist ja sehr viel Glück. Naja, dann wollen wir mal... ...am Glück teilhaben. Müssen wir jetzt über die Phalbauten rüber? Also jetzt hier, Phalbauten, Brücken, hier. Zack. Oder können wir einfach auch durch... ...durch das Water... ...wahrscheinlich können wir nicht durch das Water gehen. Wahrscheinlich können wir durch das Water gehen. Das ist gut. Brauch Erfahrung. Der geht auf mich! What the... Ich... Ich... ...sehe immer nicht, wo meine Maus ist. ...und dann switche ich automatisch leider immer zu anderen Charakteren. Ach, und ich sehe gerade... ...da war ja was letztes Mal, äh... Ach, da ist... Voll eklig, hängt da so ein komisches Zeug da zwischen der Tastatur. Äh, wir nehmen noch ein Level ab. So, for girl. So, nein. So, das waren alle, ne? Ja. Zurück. Müssen wir natürlich auch, äh, skillen, ne? So. Ach, hier haben wir noch, äh... Äh. Loot-Lotus brauchen wir wahrscheinlich irgendwann auch. Hier war doch auch noch was. Ach, jetzt ist hier die eine... ...Quest abgeschlossen. Hä? Ach, oder habe ich das schon aufgesammelt, dieses... ...du kleiner Penner, da hinten. Und hier ist ein Level 13. Level 12 reicht ja eigentlich auch schon aus. Aber zumindest ein gutes Level-Win, also über 12, würde ich mal so sagen. Dann könnte ich ja nochmal versuchen, den Drachen zu besiegen. Und jetzt zumindest in das Gebiet zu gehen, weil da ist ja auch noch eine Quest, die wir abschließen können. Und hier ist eine Quest aufgeploppt. Das finde ich schade, dass man, dass man die ganze Karte erst erkunden muss, um auch richtig alle Quests hier zu sehen. Ja. Das kommt mir so vor, als würden jetzt Gegner spawnen. Was? Oh, okay. Dann hatte ich recht. Aber die bringen mir keine Erfahrung. Oder die Leiste ploppt auf, aber... What the hell? Aber... Ich habe gar nicht Erfahrung dazu bekommen. Doch, jetzt. Bäm. Boah, das ist fies. Voll asso. So, Level 8. Also, das hätte uns auch umbringen können. Geil. Aber hier blinkt immer noch eine Quest auf. Gut gemacht. Das Schleierfeuer könnte sich als nützlich erweisen. Schleierfeuer. Ähm. Schleierfeuer ist eine einzigartige Lichtquelle, die zwar von jedem mitgeführt, aber nur von Magiern aktiviert werden kann. Erkunde die Welt, um alte Ruinen oder Vorrichtmühlen zu finden, die nun mit Schleierfeuer verwendet werden können. Trägst du eine Schleierfeuer-Fackel, wird diese fallen gelassen, sobald du eine Kampffähigkeit einsetzt. Die Rohnen reagieren irgendwie auf die Flamme der Fackel. Untersuchung. Äh. Ah, jetzt habe ich die Quest auch angenommen. Okay, Schleierfeuer im Fallbruch. Die Schleierfeuer-Nachrichten im Fallbruch sind größtenteils Gebrabbel und Ausdruck von Verfolgungswahren. Bestimmte Buchstaben von Ziffern wiederholen sich möglicherweise ein Code. Diese Schleierfeuer-Runen sind durchsetzt mit Zahlen und mathematischen Formeln. Sie vermitteln eindeutig Panik, als habe der Autor ein schwerwiegendes Problem lösen wollen. Äh, schließen. Jetzt haben wir die Quest angenommen, jetzt kann ich das Schleierfeuer auch fallen. Achso. So, jetzt kann ich es fallen lassen, sobald ich einen... Sobald ich irgendwie einen Gegner angreife, oder? So war das doch. Also laufen wir damit erst mal ein bisschen rum. So. Ah, natürlich ist es hier und da und hast du nicht gesehen, überall, ne? Aber... Ja, jetzt habe ich es nicht mehr. Perfekt. Oh, hier sind ja noch ganz schön viele Tüten. Ah, das sieht super aus. Boah, wie viel Erfahrung wir bekommen. Nüttrig... Das war zu spät. Oh, ich auch. Das war zu spät. Ah, ich wechselte mal auf den hier. Jetzt haben wir die... Hö! Hö! Ach, nö! Ach. Also sind wir... Okay, da müsste ich besser aufpassen, dass man sich natürlich elendig daran verreckt. So, wie sieht es denn aus? Haben wir denn immer noch die ganzen... Ah, wir haben zumindest die Crest noch alle angenommen. Boah. Kacke! Wir versuchen es nochmal... Versuchen es nochmal. So, das hat schon mal funktioniert. Achso, der ist auch noch. So. Und jetzt passe ich lieber einmal auf... Shit. Ah, die hatten natürlich auch die Tränke noch. Hä? Kann ich die Tränke nicht irgendwie... Das ist doof. Das ist wirklich doof, weil... Da müsste ich beim nächsten Mal gucken. Die brauchen die Tränke eigentlich auch. Okay. Okay.